Ja, es ist einfach ein friedlicher, ruhiger Ort. Man hat hier viel Wasser, die Bäume sind, irgendwie ist es hier immer schön, egal ob man jetzt im Sommer da ist oder jetzt wie im Herbst, auch im Winter hat das so seinen eigenen Charme. Und ja, der Ort ist immer schön, egal zu welcher Jahreszeit. Und es ist halt direkt in der Rheinaue, was ich mit viel Atmosphäre und Stimmung verbinde und im Sommer mit Grillen und Leuten hier sitzen und wo man Spaß hat und Konzerte. Und ja, diese ganze Mischung macht das eigentlich. Also so der ruhige Pol in der Rheinaue, wo sonst viel Trubel und ja, herrscht.